Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik. Heute zum Thema sprachliches Handeln und Performativität. Es ist wiederum eine theoretische Grundlagensitzung, denn erinnern wir uns nochmals daran, dass wir uns in der angewandten Linguistik für das Funktionieren von Sprache zur Kommunikation in verschiedenen Gesellschaftsbereichen interessieren. Und das ist schon das Entscheidende, dieser Blick auf Sprache als Instrument zur Kommunikation. Wir interessieren uns also nicht allein für sprachliche Strukturen, für Grammatik und so weiter, sondern wir fragen, was wir eigentlich mit Sprache tun können in bestimmten Situationen, in bestimmten Kontexten. Das ist ein sogenannter pragmatischer, sprich handlungstheoretischer Blick auf Sprache. Und dafür ist die Theorie des sprachlichen Handelns ganz zentral. Und man könnte, glaube ich, auch so weit gehen, die ist sozusagen fachkonstitutiv für die angewandte Linguistik. Genau, und das hier haben wir darum heute vor. Zunächst mal wird es allgemein darum gehen, dass wir uns klar machen, was es heißt, Sprechen als Handeln zu beschreiben. Dann möchte ich Ihnen den Begriff der performativen Äußerung näher bringen. Ein Anwendungsfeld finden wir in der Analyse von Kommunikationsverben. Und schließlich werden wir auf dieser Basis die allgemeine Theorie der Sprechakte kennenlernen, wie sie John Austin und John Searle begründet haben. Die Lernziele der heutigen Sitzung bestimmen sich wie folgt. Sie können zunächst mal die Theorie der Sprechakte und ihrer zentralen Begriffe der performativen Äußerungen des illokutionären Aktes erläutern. Sie können weiterhin erklären, was Kommunikationsverben eigentlich sind und welche Funktionen sie in Redewiedergaben spielen können. Und schließlich können sie die Gelingensbedingungen von sprachlichen Handlungen beschreiben. Das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen kryptisch, aber es wird sich hoffentlich im weiteren Verlauf der Vorlesung alles nach und nach aufklären. Beginnen wir mal mit einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie laufen bei sich die Straße entlang und dann begegnen Sie einem Mann, den Sie nicht kennen. Der spricht Sie also an und sagt folgenden Satz zu Ihnen. Die Sitze meines Autos sind aus hellbraunem Leder. Das wird einigermaßen irritierend sein, wenn Sie den Mann nicht kennen. Allerdings, also wir können sagen, Sie verstehen das nicht. Ausgesprochen eigenartig. Allerdings müssen wir sagen, irgendwie verstehen Sie es ja sehr wohl. Denn wenn Sie Deutsch können, dann wissen Sie genau, was dieser Satz bedeutet. Nämlich, dass die Sitze seines Autos aus hellbraunem Leder sind. Allerdings haben Sie überhaupt keine Ahnung, warum er Ihnen das eigentlich sagt. Also was der Sprecher oder die Sprecherin damit eigentlich bezweckt. Und auch das ist doch auf eine Art zentral dafür, dass wir verstehen, was der andere uns sagt. Und genau diesen Unterschied zwischen Satzbedeutung und dem, was man auch kommunikativen Sinn nennen könnte, das versucht die Sprechakttheorie zu erklären. Das ist als solches nicht so was wahnsinnig Neues. Diese Grundidee, dass wir unterscheiden können zwischen Sprache und Sprechen, zwischen Sprachstrukturen und sprachlichen Handlungen, die ist als solche schon viel, viel älter. Wir können mindestens bis zu Wilhelm von Humboldt zurückgehen, der es mal wie folgt formuliert hat. Die Sprache liegt nur in der verbundenen Rede, damit meint er den Dialog in der Wechselrede, zwischen mindestens zwei GesprächspartnerInnen. Grammatik und Wörterbuch sind kaum ihrem toten Gerippe vergleichbar. Dazu müssen wir wissen, dass damals in der sich herausbildenden Sprachwissenschaft man eben vor allem genau das gemacht hat. Man hat Grammatiken geschrieben, man hat Wörterbücher geschrieben, um sozusagen die Strukturen und die einzelnen Bausteine einer Sprache zu fixieren, niederzulegen, zu inventarisieren und so weiter. Und das kann man wohl tun. Allerdings hat man dann vor allem das Gerippe der Sprache beschrieben, aber nicht so sehr den lebendigen Organismus, wie man vielleicht mal metaphorisch sagen könnte. Den finden wir erst in der tatsächlichen Anwendung, wenn mindestens zwei Menschen miteinander sprechen oder auch schreiben. Das ist ja auch eine Möglichkeit, kommunikativ miteinander in Kontakt zu treten. Er selber hat dann gesagt, wir können Sprache auf zwei verschiedene Weisen beschreiben. Wir können uns Sprache als Ergon, als Werk ansehen oder aber als Tätigkeit. Sprache, das Ergon oder Sprechen, die Energia, die Tätigkeit. Eine ganz ähnliche Unterscheidung hat Karl Bühler getroffen, den kennen Sie vielleicht noch mit seinem Organon-Modell. Er unterscheidet zwischen Sprachwerk und Sprechhandlung in ganz erkennbarer Anlehnung an Humboldt. Und Ferdinand de Saussure, den Sie vielleicht auch noch kennen, der hat ja Unterschieden zwischen Long und Parole. Long, das überindividuelle Sprachsystem, was in seiner Sicht der primäre Gegenstand der Sprachwissenschaft sein sollte. Und Parole, das konkrete Sprechen, was er gerne an die Psychologie, an die Soziologie auslagern wollte. Aber genau das ist sozusagen die Neuerung jetzt der Theorie des sprachlichen Handelns, dass auch die Parole zunehmend als, oder damals, dass auch die Parole als wichtiger Gegenstand der Sprachwissenschaft erkannt wurde. Ja, also das sind mögliche historische Vorläufer für die Unterscheidung zwischen Sprachstrukturen und sprachlichen Handlungen. Und dann gab es eine Initialzündung, um Sprechen als Handeln zu beschreiben. In diesem Werk von John Langshaw Austin mit dem sprechenden Titel How to do things with words. Im Deutschen ist es auch erschienen in der Übersetzung mit der viel weniger sprechenden Übersetzung des Titels zur Theorie der Sprechakte. Das englische betrifft es einfach viel besser, worum es in diesem Buch geht. Das ist eines der wirklich wichtigsten sprachwissenschaftlichen Bücher überhaupt, auch wenn John Austin selber Philosoph war, Sprachphilosoph. Aber das ist wirklich ein Gründungsmanifest, könnte man sagen, der modernen Sprachwissenschaft. Und Sie alle sollten dieses Buch unbedingt mal gelesen haben. Es gibt es in einer kleinen Reklamausgabe für sehr wenig Geld, antiquarisch noch mal weniger. Das sollten Sie wirklich unbedingt tun, dieses Buch mal lesen. John Austin war, wie gesagt, Sprachphilosoph. Und er hatte, der Ausgangspunkt seiner Überlegungen war der, dass er in traditionellen Sprachtheorien eine bestimmte Selbstbeschränkung gefunden hat, dass dort nämlich Feststellungen im Fokus standen. Bei der Frage, was ist eigentlich Sprache? Und dann bei den Beispielen, was Sprache leistet, standen immer Feststellungen im Fokus. Feststellungen sind wahre und falsche Aussagen über die Wirklichkeit. Das macht ja auch Sinn in der Philosophie, wo wir ja ein Interesse daran haben an so Fragen wie, was ist eigentlich Wahrheit? Und wie finden wir einen angemessenen Zugang zur Welt als Menschen? Wie ist Sprache ein Erkenntnisinstrument und so weiter? Insofern hat es schon seine Berechtigung. Aber es ist doch vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Aber gucken wir uns erst mal an, was denn solche Feststellungen wären, solche Urteile, deren logische Struktur wir zum Beispiel abbilden können in Sprachtheorien. Wir können sagen, Dresden ist die Landeshauptstadt von Sachsen, ist ein wahrer Satz. Wir können auch solche Sätze bilden wie, wenn es regnet, wird die Straße nass, die nicht so sehr einen bestimmten Sachverhalt beschreiben, sondern eher eine Gesetzmäßigkeit, die aber auch als solche gilt und die auch Wahrheitsanspruch hat. Und wie gesagt, das sind solche Arten von Sätzen, die in traditionellen, vor allem philosophischen Sprachtheorien primär in den Blick genommen wurden. Und dann gibt es aber noch andere Arten von Äußerungen. Und welche Arten das sind, möchte ich gerne an einem Beispiel zeigen. Ich selber liebe München sehr. Meine Frau kommt daher und ich mag die Stadt wahnsinnig gerne. Und ich bin auch tatsächlich ein Freund des Oktoberfests. Und Sie wissen vielleicht, dass es da ein bestimmtes Eröffnungsritual gibt. Wenn das Oktoberfest eröffnet wird, dann gibt es immer so eine Art Zeremonie, wo der Oberbürgermeister, Sie sehen hier den ehemaligen Oberbürgermeister Christian Ude, das erste Fass ansticht. Und wir gucken uns das mal an, wie das aussieht. Herr Oberbürgermeister, ich verspreche Ihnen auch in diesem Jahr, ich werde Ihnen nicht im Weg stehen. Die Ärmel sind wie immer schon vorzeitig, rechtzeitig hochgekrempelt. Der rechte ist ein bisschen länger gelassen, der linke ein bisschen kürzer. Wir zählen gemeinsam die letzten zehn Sekunden, liebe Leute. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und satt dich auf eine friedliche Wiese. Genau, so sieht das aus. Ich habe es mal hier transkribiert, dass Sie das auch schon mal gesehen haben, wie ein gesprächsanalytisches Transkript aussieht. Wir werden das noch besprechen, aber hier diese Punkte in Klammern sind Mikropausen. Die Großbuchstaben sind besondere Betonungen und so weiter. Und mir geht es jetzt hier um diesen rot hervorgehobenen Satz. O zapft is. Zu deutsch, also zu hochdeutsch, es ist angezapft. Das ist rein an der Oberfläche vergleichbar mit Dresden, ist die Landeshauptung von Sachsen, in dem wir sagen können, das ist auch ein Aussagesatz im Indikativ Präsenz. Und es wird der Sachverhalt beschrieben, dass das Fass jetzt angezapft ist. Die Frage ist aber, ist das alles? Ist damit wirklich schon das ausreichend und vollständig genug beschrieben, was hier eigentlich passiert? Ist es also wirklich schon damit getan, dass wir sagen, O zapft is ist eine, ist die Darstellung des Sachverhalts, dass das Fass angezapft ist? Wir könnten doch vielmehr auch sagen, damit wird ja eigentlich was anderes getan, nämlich das Oktoberfest wird eröffnet. Und genauso sind die Regeln, das Oktoberfest ist dann eröffnet, erstens, wenn das Fass angezapft ist und zweitens, wenn der Oberbürgermeister sagt, dass das Fass angezapft ist. Und dann bedeutet es, in diesem konkreten ritualisierten Kontext, das Oktoberfest ist eröffnet. Oder wir könnten vielleicht noch deutlicher sagen, das soll so viel heißen wie, hiermit eröffne ich das Oktoberfest oder hiermit erkläre ich das Oktoberfest für eröffnet. Das wäre sozusagen die eigentliche Handlung, die vollzogen wird, indem man etwas sagt. Und genau das ist der Kern der Sprechakttheorie. Hier haben wir das, was John Austin eine performative Äußerung genannt hat. Performativ, zunächst mal zu diesem Wort, das kommt vom Englischen to perform, also vorführen, vollziehen. Und hier haben wir nun ja tatsächlich was sehr Theatralisches, findet auf einer Bühne statt, vor Publikum und es gibt genau zugewiesene Rollen. Und deswegen ist dieses sehr artifizielle Beispiel, könnte man sagen, auch besonders gut geeignet, weil es hier so deutlich wird. Also hier wird eine Handlung vollzogen und unter den passenden Umständen sagt man also etwas und tut damit etwas, was die Wirklichkeit verändert und nicht nur darstellt. Wenn wir sagen, jetzt ist das Oktoberfest eröffnet, dann wäre das eine Feststellung, die sich einfach auf ein Sachverhalt bezieht und als solche wahr oder falsch sein kann. Was anderes ist, wenn wir nicht nur sagen, das Oktoberfest ist eröffnet als Feststellung, sondern wenn wir sagen, hiermit eröffnet das Oktoberfest, weil genau dann ist es auch eröffnet. Das ist also ja fast schon so eine Art magische Handlung, könnte man sagen. Ja, also es wäre schön, wenn das immer so gehen würde, man sagt etwas und dann ist es auch der Fall. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine Million Euro in meiner Schublade liegen und wenn es dann auch tatsächlich jetzt so wäre, allein dadurch, dass ich sage, das wäre toll, ist es natürlich nicht, aber es gibt Fälle, wo es tatsächlich so ist, und hiermit eröffne ich, da haben wir so einen Fall. Dadurch, dass man es sagt, hat man die Wirklichkeit auch genau entsprechend verändert. Und das ist das, was man performative Äußerungen im ganz klassischen Sinne nennt. Performative Äußerungen, das müssen wir uns klar machen, die haben Gelingensbedingungen, damit sie als solche funktionieren. Wir haben also Äußerungen und damit Äußerungen als bestimmte Handlungen gelten, müssen bestimmte Bedingungen gegeben sein. Und das macht Austin klar in einem faszinierenden Kapitel, in dem er mögliche Unglücksfälle, wie er das nennt, beschreibt. Und wenn diese Bedingungen also nicht gegeben sind, solche sogenannten Unglücksfälle, dann ist die Äußerung als solche nicht falsch, also nicht im eigentlichen Sinne falsch, sondern die Handlung ist missglückt. Möglicherweise ist auch die Äußerung falsch, aber damit ist es nicht wirklich gut beschrieben. Stellen wir uns vor, Sie sitzen im Publikum beim Oktoberfest und dann ist das Fass angezapft und dann rufen Sie, stehen Sie auf und rufen laut, Oh, zapft is! Dann ist damit wiederum der Sachverhalt richtig beschrieben, aber damit ist leider Gottes noch lange nicht das Oktoberfest eröffnet. Denn Ihnen steht das nicht zu. Die Regeln sehen vor, es muss tatsächlich der Oberbürgermeister sagen. Und der Oberbürgermeister könnte auch das Fass, er könnte auch, also wenn er Oh, zapft is! ruft, bevor das Fass angezapft ist, ist die Äußerung falsch, aber gleichzeitig ist auch die Eröffnung missglückt. Und so können wir uns ganz verschiedene Dinge vorstellen. Nochmal ein paar andere Beispiele. Ich taufe das Schiff auf den Namen Erika. Auch hier stellen Sie sich vor, Sie gehen am Hafen spazieren und dann liegt da so ein Schiff und dann kaufen Sie bei Rewe eine Flasche Shampoos, schleudern die gegen den Bug und rufen, ich taufe das Schiff auf den Namen Erika. Das wird keine Konsequenzen haben. Da braucht es tatsächlich bestimmte Bedingungen, die gegeben sein müssen. Anderes Beispiel, ich vermache dir meine Uhr und dann gehört sie tatsächlich dem anderen. Auch hier können wir uns vorstellen, wenn Ihnen die Uhr gar nicht gehört und andere Dinge, die schief gehen können. dann ist es immer, das ist das Entscheidende, ist es nicht so wirklich gut damit beschrieben, wenn wir sagen, dass die Äußerung falsch ist, sondern vielmehr ist sie eben missglückt. Und dazu möchte ich Ihnen in einem kleinen Exkurs hier nochmal die Pofalla NSA-Affäre in Erinnerung rufen oder falls Sie sie nicht kennen, sie nochmal kurz berichten. Der NSA, der amerikanische Nachrichtengeheimdienst, stand mal im Verdacht, in großem Maße in der Spy-Affäre deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger überwacht zu haben, auch bis in die Politik hinein. Der Verdacht war, dass Merkels Handy abgehört wurde, dass also in großem Stile Daten angehäuft wurden, was eine Grundrechtsverletzung gewesen wäre, weil es im verdeckten geschehen ist, ohne gesetzliche Absicherung. Das stand im Raum, das hat ein bisschen für Verstimmungen gesorgt, in den transatlantischen Beziehungen. Und Pofalla, der damalige Kanzleramtsminister, hat dann irgendeine Pressekonferenz gegeben, in der er die NSA-Affäre für beendet erklärt hat, wie es dann in der Presse hieß und wie es dann auch ein bisschen hämisch kommentiert wurde. Er bestritt die millionenfache Grundrechtsverletzung, so hieß es. Gucken wir uns das doch mal an, was er genau gesagt hat. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausstehung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Okay, also Pofalla sagt, die Affäre, also der Vorwurf ist vom Tisch und es gibt keine Grundrechtsverletzung. Kann man sich jetzt mal fragen, was das eigentlich genau für Handlungen sind. Der Punkt ist aber, auf den es mir ankommt, er hat damit die Affäre für beendet erklärt oder auch die Staatsaffäre beendet. So hat man es ihm in den Mund gelegt. In Wirklichkeit hat er ein bisschen was anderes gesagt, aber das Entscheidende war, warum es dann so Häme oder zunächst Kritik, aber auch Häme gab, war, dass eine Staatsaffäre, die ja vor allem auch darin besteht, dass es Verstimmungen gibt und dass wechselseitige Vorwürfe im Raum stehen, wo also sehr, sehr viele verschiedene Menschen daran beteiligt sind, kann man das einfach so beenden? Kann man eine Affäre einfach beenden, indem man sagt, hiermit erkläre ich sie für beendet? Wahrscheinlich nicht wirklich. Und in der Reihe, in der Folge ist dann ein, also da gab es dann ein Hashtag auf Twitter, Profalla beendet Dinge und es gab auch einen Blog, wo diese ganzen Dinge gesammelt wurden, ist leider offline inzwischen, aber da finden solche Dinge wie, meine Damen und Herren, hiermit erkläre ich den angekündigten Streik für beendet, hiermit erkläre ich die Bundesliga für beendet, Bayern ist und bleibt Meister. Der Witz dahinter wird jetzt mit Sprechakttheoretischen Mitteln sehr schnell erklärbar, dass Profalla hier die Handlung des Beendens vollzieht, obwohl er gar nicht befugt ist oder obwohl er gar nicht über die Mittel und über den Einfluss verfügt, um genau das zu leisten. Ja, also hier werden die Gelingensbedingungen des Sprechakts, des Beendens systematisch verletzt und genau aus diesem Midsmatch daraus resultiert dann sozusagen der Witz dahinter. Gut, aber das nur ein kleiner Exkurs am Rande. Wir kommen wieder zurück zu den performativen Äußerungen. Es gibt zwei Typen performativer Äußerungen. Einen haben wir jetzt schon besprochen, nämlich explizit performativ. Die sind folgendermaßen aufgebaut, dass wir ein Handlungsverb haben und vor allem Kommunikationsverben, die also auf Kommunikationsakte verweisen und zwar in einer ganz bestimmten Form, nämlich in der ersten Person Singular Indikativ Präsenz. Ich eröffne das Oktoberfest, ich vermache dir meine Uhr, ich verspreche dir, dass ich dir morgen das Buch gebe, ich warne dich, wenn du das noch einmal tust und so weiter. Damit warnt man tatsächlich, man verspricht tatsächlich, wenn sie hingegen einfach nur eine Handlung beschreiben, wenn sie sagen, er warnt dich oder er verspricht, ihm ein Buch zu geben und dann vermachte er seinem Enkel die Uhr. Damit beschreiben wir sprachliche Handlungen und vollziehen sie aber nicht wirklich. Und es gibt noch eine viel klassischere Form, die ich Ihnen auch schon angedeutet habe, mit dieser Hiermit-Formulierung. Hiermit verspreche ich hoch und heilig, dass ich dir nächste Woche das Buch zurückgeben werde. Das sind sogenannte explizit performative Äußerungen. Es gibt aber auch andere Äußerungen, die an der Oberfläche möglicherweise aussehen, wie ganz normale Feststellungen, aber trotzdem performativen Gehalt haben. Da ist es so, dass die Äußerungsumstände zu performativer Lesart führen. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie gehen im Winter am See spazieren und Sie wissen, dass das, also der See ist zugefroren, Sie wissen aber, dass das Eis sehr dünn ist, weil Sie Nachrichten gehört haben, davor gewarnt wurde oder weil Sie vorher einen Stein draufgeworfen haben und Sie haben gemerkt, die Eisdecke hat nur drei Millimeter und Sie sehen also jemanden, der gerade dabei ist, sich die Schlittschuhe zuzuschnüren und gerade aufs Eis gehen will, dann gehen Sie hin und sagen, oh, das Eis ist dünn. Dann ist das eine Feststellung, ja, es ist aber zugleich auch eine Warnung und Sie können das paraphrasieren mit ich warne Sie vor der Tatsache, dass das Eis dünn ist. Und hier sind es also wie nochmals die besonderen Äußerungsumstände, die zu einer performativen Lesart führen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, den Kommunikationsverben. Denn wir hatten ja gesehen, wir haben ja solche Wörter wie eröffnen, was wir sprachlich tun können, für machen, aber spätestens bei ich verspreche und ich warne, das sind Dinge, die können wir nur, also versprechen können wir nur sprachlich. Das sind Verben, also mit denen wir auf bestimmte Arten und Weisen zu kommunizieren Bezug nehmen. Es gibt in der klassischen Grammatik dafür auch den Fachausdruck Verba Dizendi, also die Verben des Sagens. Und die werden häufig in Redewiedergaben eingesetzt. Das kennen Sie alle aus Romanen, rief er, rief er, versprach er, sagte er, warnte er, blaffte er und so weiter. Und wir finden eben ganz häufig den Fall, dass der Handlungscharakter, also das, was die Sprechenden tun, indem sie etwas sagen, in den Redewiedergaben explizit gemacht wird. Ja, also zurück zu dem Fall, sie schreibt einen Roman und dann sagt das, das Eis ist dünn, warnte er den Mann, der im Begriff war, seine Schlittschuhe anzuziehen. Und dazu möchte ich gerne ein Experiment mit Ihnen machen. Und zwar würde ich Sie bitten, dass Sie gleich das Video pausieren und sich überlegen, wenn Sie jetzt hier Redewerben einsetzen sollen, also sowas wie Sagen, Versprechen und so weiter, warnen, was wir da schon gesehen hatten, dann überlegen Sie sich, welches dieser Redewerben Sie hier jeweils einsetzen würden. Ich gebe Ihnen mal mit Absicht keinen Kontext, Sie haben jetzt nur den Satz und Sie sehen auch, wer da spricht, also Verbandsgeschäftsführer und jemand von moderaten Flügel und so weiter und Sie überlegen mal, welche Verben Sie hier einsetzen könnten. Und zwar pausieren Sie bitte jetzt. So, und jetzt haben Sie hoffentlich sich was notiert und jetzt zeige ich Ihnen mal die Ergebnisse, ich habe nämlich das gleiche Experiment schon mal gemacht in einer früheren Ausgabe dieser Vorlesung, da hatte ich dann über 200 Antworten bekommen und das hier sind die Ergebnisse. Damit wird der Marktentritt für Scheinselbstständige noch einfacher, hatten die meisten gesagt, danach muss es kommen, erklärte. Wie war das? Erklärte Verbands, Geschäftsführer, dem hatte. Andere haben gesagt, warnte und versprach, versicherte, sagte, kritisierte, insgesamt wurden 44 verschiedene Verben genannt. Es ist interessant, schauen wir uns mal den Unterschied zwischen warnte und versprach an. Und was ist der Unterschied eigentlich, wenn man sagt, der Markteintritt wird einfacher, warnte der Verbandsgeschäftsführer oder versprach der Verbandsgeschäftsführer. Wie würden Sie das beschreiben? Je nachdem, ob man etwas gut findet oder schlecht findet, davon hängt es ab, ob man warnt oder verspricht. Wenn Sie also eingesetzt haben, warnte, dann ist das etwas, was es eigentlich zu verhindern gilt, dieser Markteintritt, wenn Sie versprach eingesetzt haben, dann würde daraus folgen, dass genau das das Ziel ist des Verbandes, worauf hingewirkt werden soll. Dieses Beispiel investiert wurde nur in den Hallen Volleyball, da haben die meisten einfach für sagte entschieden und erklärte als nächstes. Und dann haben auch viele geschrieben, beklagte, kritisierte. Also hier wiederum etwas, was eigentlich negativ bewertet wird. bei Versicherte, da ist es eher wieder in die positive Richtung. Investiert, also eine Art Rechtfertigung, so könnte man das dann vielleicht beschreiben. Interessant war es hier, also hier gab es 56 verschiedene Verben, hier 72. Bei diesem Fall, jede Partei sollte sich hin und wieder den Spiegel vorhalten lassen. Auch hier haben wir wieder so etwas wie forderte und warnte, was in eine ähnliche Richtung geht, einmal positiv, einmal negativ. Eben, solange wir nicht wirklich die Hintergründe haben, kann es offen bleiben, aber das Interessante ist eben, dass das, was wir glauben, was die jeweils tun, präzisieren wir, explizieren wir dadurch, dass wir ein bestimmtes Kommunikationsverb wählen. Und genau das lässt sich natürlich mit sprechertheoretischen Mitteln wunderbar erklären. Jetzt denken wir wieder an die Gelingensbedingungen. eine Gelingensbedingung für Warnen ist offenbar, dass dasjenige, wovor gewarnt wird, negativ bewertet wird in den Augen des Sprechers oder negativ zu bewerten ist, weil Versprechen, dass es positiv zu bewerten ist in den Augen des Sprechers, der Sprecherin. Ja, auch das wären Gelingensbedingungen, die wir in der Semantik von Kommunikationsverben beschreiben müssen. und da gibt es auch ein tolles Buch, Handbuch der Kommunikationsverben, wo genau das getan wird. So war es übrigens im Original. Das sind ja authentische Beispiele, die ich aus einer Pressedatenbank erhoben habe, aus der Zeit, glaube ich. Und beim ersten war es kritisierte, also hier wird tatsächlich der Markteintritt als etwas Negatives gerahmt, investiert wurde nur in den Hallenbond, weil verriet Leila Ortega und tatsächlich war es bei siebtens ein Lob, was Pazderski zumindest in Augen Journalisten damit äußern wollte. Ob Pazderski das wirklich selber gewollt hat, ob er das wirklich als Lob gemeint hat, müssen wir jetzt gar nicht entscheiden. Wichtig ist, dass der Journalist dem Ganzen genau diese Lesart verpassen kann, indem er dieses Kommunikationsverb wählt. noch ein anderes schönes Beispiel, was ich mal in der Süddeutschen Zeitung gefunden habe, ein Interview mit dem Fußballtrainer Markus Weinzierl. Auf den Spielstil des FCA erheben sie inzwischen eine Art Urheberrecht. Nach dem 0 zu 0 haben sie ihrem Trainer Pal Paday vorgeworfen, dass er mit der Hertha ihren Spielstil kopiert habe. Und Weinzierl verwehrt sich gegen diese Deutung und sagt, ich habe das nicht beklagt, ich habe das angemerkt. Ich habe auch nicht verstanden, warum Pal Paday sich darüber so geärgert hat. Also was ist passiert? Weinzierl hat gesagt, dass Pal Paday hat meinen Spielstil kopiert und das lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen paraphrasieren. Wir können es als Vorwurf deuten oder auch nur oder als Anklage oder auch nur als einfach Feststellung, als Anmerkung und genau hierin gehen die Interpretationen auseinander. Noch ein anderes Beispiel, was ich jetzt am Wochenende gesehen habe, da war das Wochenende zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Videos, da war Angela Merkel bei Anne Will zu Gast. Es ging um die Corona-Maßnahmen, Corona-Pandemie und die Frage, ob über Ostern wieder ein Lockdown kommen soll und wie es mit der Notbremse aussieht und so weiter. Und da fragt dann Anne Will, also verstößt Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gegen den Beschluss, den er mit ihnen gefasst hat. Merkel windet sich so ein bisschen raus und sagt, es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr weite Interpretation haben und das erfüllt mich nicht mit Freude. Also ja, er verstößt dagegen, ja, aber er ist nicht der Einzige, der das macht. Das Land hat eine Umsetzung gewählt, die zu viel Ermessensspielraum mit sich bringt. Das war einer der Kernsätze dieses Interviews bei Anne Willen interessant ist, was jetzt die Presse daraus gemacht hat. So ist es nämlich dann zum Beispiel auf msl24.de beschrieben worden, Corona-Politik in NRW, Angela Merkel rüffelt Armin Laschet und fordert härtere Maßnahmen. Das ist natürlich, also das kann man machen, es ist nicht falsch, aber es ist eben doch eine bestimmte Interpretation des Ganzen, dass man dieses hier, es erfüllt mich nicht mit Freude und zu viel Ermessensspielraum wird hier als Rüffel paraphrasiert, also der, die damit vollzogene Handlung wird hier auf eine bestimmte Art und Weise paraphrasiert und gerahmt und das wird durch dieses Redewerb, Kommunikationswerb Rüffeln explizit gemacht. Noch ein letzter Punkt dazu, ich habe mir mal auf weltfußball.de, das ist so ein Fußballportal mit Fußball-News, habe ich mir knapp 20.000 News-Meldungen runtergeladen, habe die Korpus linguistisch analysiert, was habe ich gemacht, ich habe mir Zitate genommen, in Anführungszeichen und das jeweils danach folgende Verb habe ich extrahiert, also blablabla sagte er, blablabla stellte er klar, blablabla untermauert er, grinste er und so weiter und dann habe ich tatsächlich 309 verschiedene gefunden, ich gehe jetzt hier nicht durch, Sie können sich das ja bei Interesse mal angucken und überlegen, ob und wie man hier möglicherweise Ordnung stiften könnte, also was sind das für Aspekte von Kommunikation, auf die hier jeweils Bezug genommen wird, aber zunächst mal diese schiere Masse an verschiedenen redesignalisierenden Verben, die wir in journalistischen Texten finden, das ist ausgesprochen beeindruckend. Gut, wir haben jetzt also bisher gesehen, es gibt performative Beäußerungen, die wir als Handlungen beschreiben können und die hatten wir bisher immer abgegrenzt von bloßen Feststellungen, also Feststellungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so was wie warnen, handeln, drohen, kritisieren und so weiter. Und genau diese Unterscheidung, die Austin in seinem Buch zunächst mal aufmacht, die ebnet er selber danach wieder ein. Also eigentlich macht er die Unterscheidung nur, um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, eigentlich macht diese Unterscheidung überhaupt keinen Sinn. Aber versuchen wir mal das Argument nachzuvollziehen. Es gibt nämlich verschiedene Probleme bei dieser Unterscheidung, so plausibel und einleuchtend sie auf den ersten Blick ist. Ein Problem ist nämlich, dass wir auch performative Äußerungen in performative umwandeln können. Wir können zum Beispiel bei jeder Feststellung immer sagen, hiermit behaupte ich oder hiermit stelle ich fest. Und dann haben wir genau diese explizit performative Form, wie wir sie vorhin gesehen haben. Also ich, hiermit behaupte ich, dass Dresden auch von Sachsen ist, oder stellen wir uns mal, das ist ein bisschen konstruiert, das gebe ich zu, aber stellen Sie sich vor, da sind Lokalpolitiker Innen aus verschiedenen Städten in Sachsen und reden darüber, was jetzt passieren soll und es geht irgendwie darum, wichtige Beschlüsse sollen gefasst werden und so weiter und die Leipziger, die nehmen sich mal wieder zu viel raus, die halten sich mal wieder für viel zu wichtig und dann denken die Dresdner LokalpolitikerInnen, jetzt müssen wir denen mal wieder in Erinnerung rufen, wer hier das Sagen hat und die sagen dann, Achtung, Dresden ist die Hauptstadt von Sachsen, nicht Leipzig, ist der Text. Dann haben wir hier also die Feststellung Dresden, die in Wirklichkeit so eine Art Warnung ist oder so eine Aufforderung, doch mal wieder die Prioritäten zurechtzurücken. Also auch hier kann eine Feststellung dazu genutzt werden, eine andere Handlung zu vollziehen. Das Eis ist dünn, hatten wir ja eben schon. Das ist also das andere Beispiel. Und umgekehrt ist es ja auch so, dass auch performative Äußerungen natürlich trotzdem konstative Anteile haben. Wenn ich sage, Vorsicht, das Eis ist dünn, mache ich zweierlei, gleichzeitig ich warne, dass das Eis dünn ist und gleichzeitig stelle ich fest, dass das Eis dünn ist. Also konstativ, wie es heißt, feststellende Anteile und performative Anteile, die überlagern sich und sind häufig so eng miteinander verwoben, dass die Unterscheidung sehr schwierig wird. Und dann haben wir noch Rechtstexte, bei denen die Unterscheidung noch mal viel schwieriger ist. Nehmen wir so einen Satz, den Sie alle kennen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es. Artikel 1 des Grundgesetzes. Und jetzt überlegen Sie mal, ist es eine Feststellung? Ist es eine Aufforderung? Ist es ein Versprechen? Oder ist es möglicherweise alles drei gleichzeitig? Also eine Feststellung alleine kann es nicht sein, denn wir wissen alle, dass die Würde des Menschen täglich angetastet wird. In Deutschland und erst recht an anderen Orten dieser Welt. insofern ist es ein Vers in dieser Pauschale formulierung schlicht falsch. Ist unantastbar heißt, sie soll nicht angetastet werden. Also insofern eine Aufforderung, vielleicht auch so eine Art Versprechen, als der Staat garantiert, dass er darauf achtet, dass die Würde des Menschen nicht angetastet werde. gerade, ich muss das jetzt hier abbrechen, Sie können sich vorstellen, zu genau dieser Frage gibt es natürlich regalmeterweise verfassungsrechtliche Literatur. Darum soll es gar nicht gehen, sondern nur, dass wir auch hier wieder sehen, dass performative und konstative Anteile aufs engste miteinander verwoben sind und dass genau diese Mehrdeutigkeit auch in bestimmten Kontexten funktional ist. Und deswegen kommt Orsten zu dem Schluss, ich sich gedrängt, die Antithese performativ und konstatierend erneut zu überdenken. Was wir brauchen ist, so scheint mir eine neue Theorie, die vollständig und allgemein darlegt, was man tut, wenn man etwas sagt, und zwar in allen Sinnvarianten dieses mehrdeutigen Ausdrucks. Es müsste eine Theorie der Sprechhandlung ihrer Gesamtheit sein, die nicht bloß den einen oder anderen Aspekt erfasst und von den übrigen absieht. Und hier können wir jetzt alles reinpacken, was wir gesehen haben. Man stellt fest, wenn man etwas sagt, man kann warnen, man kann drohen, man kann versprechen, man kann kritisieren, man kann rüffeln. Und wie genau Äußerungen, Sätze, die wir produzieren, zusammenhängen mit den Handlungen, die wir vollziehen, indem wir diese Sätze äußern, genau das versucht die Sprechakttheorie zu erklären. Und dazu gibt es eine Grundunterscheidung von Austin, dass er vorschlägt, dass sprachliche Handlungen eigentlich aus drei Teilakten bestehen. Teilakte, nicht so, dass wir die Dinge nacheinander tun müssen, so wie wenn wir einen Kuchen backen, dass wir erst abwiegen, dann vermischen und dann in die Form füllen und dann in den Ofen tun, das wäre sozusagen Abfolgen, sondern es ist gedacht, dass wir drei Dinge gleichzeitig tun. Und je nachdem, aus welcher Perspektive wir drauf gucken, kommt mal das eine mal das andere in den Blick. Also was tun wir eigentlich, wenn wir sprachlich handeln? Zunächst haben wir den lokutionären Akt, also einfach das Sprechen, das Hervorbringen von Sätzen mit einem bestimmten Sinn und einer bestimmten Bedeutung. Ja, also sowas wie eben hier mit die Sitze meines Autos und das hellbraun im Leder. Sie alle können das syntaktisch analysieren. Wir haben ein Subjekt, dann haben wir das Prädikat und so weiter und wir können von, wir haben hier so eine Präpositional-Phrase und was auch immer die einzelnen Strukturen sind, die wir in diesen Äußerungen finden können. Dafür ist die Grammatik zuständig, das zu beschreiben. Dann haben wir aber noch den illokutionären Akt. Das ist ein Kunstwort von Austin, also Locutio ist einfach die Rede und Illokutio das, was man tut, indem man äußert. Das wäre dann eben sowas wie das Behaupten, das Anbieten, das Versprechen, also all das, was verbunden ist mit dem Äußern eines Satzes und zwar mittels der konventionellen Kraft. Es ist eben zum Beispiel eine Konvention, dass so was, dass Imperative als Aufforderungen gelesen werden oder dass wir Versprechen formulieren können auf bestimmte Arten und Weisen. und das lernen wir auch immer mit, wenn wir Sprachen lernen oder auch Fremdsprachen lernen, welche Handlungen wir mit welchen Äußerungen vollziehen können. Und dann haben wir noch sowas wie den Perlocutionären Akt, auf den sind wir jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen, das ist sozusagen die dritte Seite, das ist das Erzeugen von Wirkungen. Ganz wichtig sind nicht die Wirkungen selbst, sondern schon das jenige, was eine Sprecherin oder ein Sprecher tut, was aber auf die Wirkungen beim Hörer oder bei der Hörerin abzielt. Und daher hängen die Wirkungen von Äußerungsumständen ab, also nicht so sehr was, was in der Semantik abgelegt ist, sondern was ausgesprochen Kontingent ist, also von vielen äußeren Faktoren und auch Zufällen abhängig. Und jetzt versuchen wir uns das nochmal zu vergegenwärtigen, dass wir die Performativität gesehen haben, also die Handlung, die man vollzieht, und die wird jetzt also besser fassbar als der illokutionäre Akt, das, was wir tun, indem wir etwas sagen. Davon abgegrenzt nochmal das, was wir tun, dadurch, dass wir etwas sagen. Ich möchte Ihnen eine Eselsbrücke mit auf den Weg geben, die mir immer geholfen hat, auch schon im Studium, um Illokution und Perlokution auseinander zu halten. Das sind ja Kunstwörter von Austin, die er aber aus bestimmten Gründen wählt, und das können wir im Deutschen abbilden, durch die Wörter Indem und Dadurch. Also bei der Illokutionäre Akt ist das, was man tut, indem man etwas sagt, und da können wir sagen, indem Christian Ude O zapft ist, eröffnet er das Oktoberfest. Und die Regeln, einfach das Brauchtum von München sieht vor, dass genau diese Relation auch so besteht. Und dann ist aber noch was anderes, Sie haben es ja gesehen im Video, in dem Moment, wo er brüllt O zapft ist, da geht ein Jubelschrei durchs Publikum und die Gäste johlen auf ihren Bierbänken und so weiter. Das macht den offenbar Freude, denen läuft das Wasser im Mund zusammen, sozusagen. Und hier, das ist die Wirkung, die er erzeugt, dadurch, dass er das sagt. Und das ist aber nicht, was im Brauchtum festgelegt ist, sondern das sind eben einfach die besonderen Äußerungsumstände. Wir können hier also sagen, per, lateinisch für durch, dadurch, dass Christian Ude das Oktoberfest eröffnet, jetzt wiederum darin verschachtelt, indem er sagt, O zapft ist, dadurch erfreut er die Wiesenbesucher. Also er macht drei Dinge gleichzeitig, er sagt den Satz, O zapft ist, indem er das sagt, eröffnet er und dadurch, dass er eröffnet, indem er sagt, dadurch erfreut er. Und so sind diese drei Teilakte ineinander verschachtelt und alles drei tut er gleichzeitig und je nachdem, aus welcher Perspektive wir drauf sehen, können wir das so oder so beschreiben. Schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Lauterbach, der ist ja jetzt durch die Corona-Krise hinlänglich bekannt, aber er ist ja schon ganz lange Gesundheitspolitiker und der hat mal hier ein Interview gegeben, was dann in der Headline so beschrieben wurde, die Bürgerversicherung wird kommen. Jetzt meine Frage an Sie, was ist das für eine Sprechhandlung? Klar, es bezieht sich auf etwas Zukünftiges, aber als Alternativen ist es ein Versprechen oder ist es eine Drohung? Was meinen Sie? Um das entscheiden zu können, müssten Sie parteipolitisch ein bisschen Ahnung haben. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die Bürgerversicherung ist das von der SPD präferierte Modell, wohingegen die CDU ja immer die Kopfpauschale bevorzugt. Das ist einer der entscheidenden Streitpunkte, wo Sie nie auf einen grünen Zweig kommen, auf einen gemeinsamen Nenner. Ein ewiger Streitpunkt in der Großen Koalition. Aber hier sagt eben Lauterbach, sie wird kommen, im Sinne eines Versprechens. wenn das ein CDU-Politiker sagen würde, dann wäre es eher so was wie er beklagt oder er warnt oder ähnliches. Und auch je nachdem, an wem es adressiert ist, das ist ja auch so, wenn es Lauterbach, wenn er das gegenüber dem Koalitionspartner sagt, ja, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, wie ihr wollt, es wird kommen, stellt euch darauf ein. Oder wenn es gegenüber den eigenen Anhängerinnen und Anhängern sagt, sie wird kommen, keine Sorge, wir werden unsere Wahlversprechen umsetzen oder ähnliches. Also hier sehen wir wieder je nachdem, mit welchen Adressatinnen und mit welchen Präferenzen diese Adressatinnen ausgestattet sind. Davon hängt dann ab, welche Handlung eigentlich damit genau vollzogen wird. Und ich hatte gesagt, das ist ein Versprechen, anhand dieses Versprechens hat John Searle die Theorie der Sprechakte nochmals versucht zu systematisieren. Auch das können Sie nachlesen, im berühmten Buch Speech Acts, aber es gibt auch eine kürzere Fassung, die ich Ihnen auf Opal zur Verfügung stelle. Er hat, wie gesagt, die Theorie von Austin, die sehr meandernd entwickelt wurde, noch mal ganz systematisch aufgegleist. Und er hat gerade das Versprechen als Beispiel herangezogen und hat hier eine ganz berühmte Analyse der Gelingensbedingungen von Versprechen vorgenommen. Und er sagt, es müssen drei Dinge gegeben sein, damit eine Aussage über die Zukunft zu einem Versprechen wird. Erstens, das Versprochene muss im Interesse der Hörerin sein. Zweitens, das Versprochene muss auch in der Macht der Sprecherin liegen. Und drittens, die Sprecherin muss das Versprochene nicht ohnehin tun. Wir können uns klar machen, warum das schief geht, wenn das jeweils nicht gegeben ist. Wenn das jenige, was ich verspreche, von der Hörerin gar nicht gewollt wird, dann ist es eher eine Drohung. Wenn ich gar nicht in der Lage bin, das umzusetzen, also wenn ich Ihnen jetzt sage, die Bürgerversicherung wird kommen, dann kann ich Ihnen das nicht versprechen, sondern ich kann allen höchstens das beklagen oder und wenn ich Ihnen jetzt verspreche, dass ich mir morgen früh die Zähne putze oder dass ich bis heute Abend nicht aufhören werde zu atmen, das sind auch irgendwie komische Versprechen, die irgendwie eigenartig wirken würden, weil wir doch davon ausgehen würden, dass ich das doch ohnehin tun würde. Also warum versprichst du mir das? Es ist doch klar, dass du es tust. So konnte man dann reagieren. Die Frage ist nun ja immer, wie kommen wir eigentlich zur Illokution? Wie können wir eigentlich wissen, ob eine Handlung eher ein Versprechen, eine Warnung und so weiter ist? Und da gibt es das, was CERL die Indikatoren der Illokutionären Rolle genannt hat. Das sind Hinweise an der Sprachoberfläche, die sozusagen Verstehenshinweise mit sich liefern. Ein paar kennen Sie schon. Es gibt performative Formeln, dass wir es ganz explizit sagen. Hiermit verspreche ich. Sie kennen aus der Grammatik noch die verschiedenen Satzarten. Wir haben Deklarativsätze, Interrogativsätze, Direktivsätze, die Imperative und so weiter. Die geben Hinweise. Wir haben aber auch Modalpartikeln. Zum Beispiel ist es ein großer Unterschied, ob wir sagen, pass auf oder pass bloß auf. Pass auf wäre sowas wie eine Warnung, pass bloß auf, eher eine Drohung. Wir haben auch die Prosodie, wenn wir sagen, Dresden ist die Hauptstadt von Sachsen, nicht Leipzig, ist dann der Subtext. Und hier diese besondere Betonung. Dresden ist die Hauptstadt, die gibt natürlich auch noch sehr viel mit auf den Weg, wie es zu verstehen ist. Und das funktioniert im Gespräch auch wunderbar. Im Schriftlichen wird es dann schon schwieriger. Und Sie alle kennen ja die vielen Missverständnisse, die sich in der WhatsApp-Kommunikation ergeben können, weil wir da eben gerade die Prosodie nicht haben, aber trotzdem quasi mündlich miteinander kommunizieren. Dann haben wir dann sowas wie Emojis, mit denen wir das auffangen können, aber dazu später mehr. Nehmen wir mal hier als Beispiel so einen Satz wie, gehst du Kaffee holen? Wäre einfach eine Informationsfrage, wenn jemand gerade aufsteht und Richtung Cafeteria geht, dann könnte man irgendwie anschließen, wie, bringst du mir einen mit? Oder so. Wenn wir dann hingegen eher sagen, gehst du mal Kaffee holen? dann ist damit so mit zu verstehen gegeben, normalerweise mach immer oder ja, es ist schwierig, es genau einzugrenzen, aber eine mögliche Lesart wäre, gehst du mal Kaffee holen? ist doch eher eine Aufforderung, also nicht nur eine Informationsfrage, sondern eher eine höfliche Art, jemanden darum zu bitten. Wenn wir hingegen sagen, gehst du Kaffee holen? Dann zeigen wir uns damit besonders überrascht, dass ausgerechnet diese Person jetzt Kaffee holen geht. Und auch so haben wir durch bestimmte Betonungen, durch bestimmte Partikeln, die Möglichkeiten doch sehr präzise oder viel präziser als nur durch die eigentliche Aufforderung klarzumachen, wie wir sie verstanden wissen wollen. Letzter Punkt sind indirekte Sprechakte. Ich hatte ja gesagt, gehst du mal Kaffee holen? Ist also eine Art von Aufforderung. Und das kennen wir ja, dass wir ganz häufig Fragen haben, die eigentlich Aufforderungen sind. Und das nennt die indirekten Sprechakte. Hier haben wir eine Elocution, wie sie wörtlich indiziert wird, die aber nicht der tatsächlichen Elocution entspricht. Und das wissen aber auch alle. Und da ist eben gerade Aufforderungen sind ein schönes Beispiel. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Also nur Witzbolde die gibt's, nur Witzbolde sagen, beantworten diese Frage wörtlich und sagen, ja, kann ich, tue ich aber nicht oder so, sondern die allermeisten und das wäre die erwartete Reaktion werden sagen, 14 Uhr oder werden sagen, ja klar, 14 Uhr oder werden sagen, tut mir leid, ich habe auch keine Uhr oder ähnliches. Und wie können wir das jetzt beschreiben? Searle schlägt vor, dass die Formulierung so zu erklären ist, dass sie vorab klärt, ob eine bestimmte Gelingensbedingung für Aufforderungen überhaupt gegeben ist. Eine Gelingensbedingung von Aufforderungen wäre, dass H in der Lage ist, P überhaupt zu tun. Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, ähm, ähm, gewinn doch mal eine Million im Lotto, dann ist das keine vernünftige Aufforderung, weil sie das nicht beeinflussen können. Und so ist es bei ganz vielen Aufforderungen, dass das schon gegeben sein muss, sonst würden wir nicht auffordern. Und hier fragen wir jetzt zunächst mal, ist er überhaupt in der Lage, die Uhrzeit zu nennen? Das heißt, ähm, kannst du ähm, sagen, wie spät es ist und dann, ähm, in der Folge, dann sag mir doch auch. Aber genau dieses dann sag mir doch auch, wird dann sozusagen ausgelassen. Und wir könnten, ähm, hier das also so vorsetzen, kannst du mir sagen, wie spät es ist. Der andere würde dann sagen, ja, okay, dann also frage ich dich, wie spät ist es? Ja, und eigentlich ist das ja der eigentliche Sinn, wie spät es ist, dass es dann bis am Ende übrig bleibt. Und das Ganze hat sich jetzt so verselbstständigt, dass dieses Vorspiel auch schon genügt und die Aufforderung selbst muss dann als solche gar nicht mehr ausgesprochen werden. Auch das ist ein Invisible Hand Prozess, wie wir es besprochen hatten, was sich so eingeschliffen hat im Verlauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte, wobei wir es schon sehr, sehr lange in der Geschichte, in der Sprachgeschichte zurückverfolgen können, dass wir Aufforderungen als Fragen formulieren. Das, nur ein ganz kurzer Einblick, Indre Gesprächakte ist ein ungeheuer spannendes Feld und Sie können sich vorstellen, wie wichtig die sind in unserem Alltag, aber auch in der Politik, dass wir Dinge anders sagen oder dass wir mit Dingen, mit Sätzen anderes zu verstehen geben als das, was wir wortwörtlich damit sagen und Höflichkeit ist ja ein wichtiges Motiv, aber zum Beispiel auch in der Politik sich nicht festlegen wollen auf Bestimmtes, das sind alles mögliche Motive, weswegen wir indirekte Sprechakte wählen. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, im ganz schönen sprechakttheoretischen Sinne, hiermit erkläre ich die Sitzung für beendet. Vielen Dank, ciao.